Für die Kicker vom Niederrhein ist der Tagesablauf am Tegernsee streng durchgeplant. Ausdauertraining, gefolgt von Übungen am Ball. Und das zweimal am Tag. Diese intensive Vorbereitung ist wichtig, denn die Schwarz-Weiß-Grünen haben noch einige Testspiele vor Saisonstart vor sich. Das nächste findet auch gleich heute gegen den Zweitligisten 1860 München statt. Gerade für die Borussen-Neuzugänge ist das die Chance zu zeigen, was in ihnen steckt. Weniger stressig geht es dagegen beim mitgereisten Fantross zu. Dieser genießt das gute Wetter und muss auch nicht auf die heißbegehrten Fanartikel verzichten. Denn die sind gleich mitgereist. Für Linksverteidiger Oskar Wendt, der seit seinem Debüt im letzten Jahr 14 Ligaspiele für die Borussia absolvierte, ist die intensive Saisonvorbereitung essentiell, um die Mannschaft und auch sich selbst in Zukunft im Haifischbecken Bundesliga zu etablieren. Wir wollen natürlich so gut spielen wie in der abgelaufenen Saison. Ich hoffe, wir qualifizieren uns für die Champions League und kommen weit im Pokal, um eine gute Saison zu spielen. Natürlich möchte ich mehr spielen als letzte Saison. Ich möchte mich verbessern und meine Chance nutzen. Eigentlich möchte ich einfach nur spielen. Es ist zweitrangig, ob ich hinten oder vorne spiele. Natürlich fühle ich mich als Linksverteidiger wohler, denn das ist meine stärkste Position. Aber wenn der Trainer mich im Mittelfeld aufstellt, werde ich das gerne machen. Es ist sicherlich gut für Branimir. Ich bin schon seit einem Jahr hier und spreche auch etwas Deutsch. Für Branimir ist es schön, als neuer Spieler in eine Mannschaft zu kommen, in der drei weitere Skandinavier sind, mit denen er reden kann. Mit mir kann er Schwedisch reden und mit den Fragen zu mir kommen, dann kann ich ihm alles erklären. Ich spreche Schwedisch mit ihm. Er kann mich fragen, wie Dinge funktionieren und wie man Dinge tun kann. Ich kann ihm erklären, wenn er Deutsch nicht versteht. Ich denke, für ihn ist es nur gut für ihn, dass er drei Skandinavien hier hat. Und auf genau diesen Mannschaftszusammenhalt zählt Rauten-Regisseur Lucien Favre, wenn er mit seinem neuen Kader die kommende Saison in Angriff nimmt. Rauten-Regisseur Lucien Favre